hallo und herzlich willkommen zu dieser neuesten ausgabe von let's play world of tanks mit einem gast replay eingeschickt von technik freaky mit seinem t 110 e4 ja an dieser stelle klein das kleines dankeschön auch noch an technik freaky er ist einer der übersetzer bei wargames minus news.com und ja an dieser stelle vielen dank für deine arbeit so mal schauen was er hier macht mit seinem e4 karte ist ja flugplatz oder erfüllt wie man ja sieht dazu braucht man jetzt kein großes wissen haben mal schauen natürlich wahrscheinlich so wie es aussieht jeder hier in die mitte mal kurz auf die steps die groben steps geschaut und zwar schaden 750 bei 295 durchschlag und mit premium sogar 305 375 durchschlag also von dem her schon sehr ordentlich so da drüben ist der tn 70 und machte den weg wir haben heißt ja sehr schön vorgehalten sehr netter schuss so gehört sich das da hat er den wirklich äußerst gut erwischt dann nimmt er einfach so den dobermann raus er hat hier natürlich mit matchmaking auf jeden fall glück dass er hier im tier 10 in den 9 8 gefecht kommt das ist natürlich immer eine schöne sache die macht dann deutlich mehr spaß so wer drückt hier gleich aggressiv rum sehr schön in den helm vom 120 und man sieht ja ganz gut den bewegbaren und drehbaren turm gegen den e4 natürlich auch ausmacht ja das ist sehr wenig was er davon dem 100 von dem 13 90 sieht da muss er aufpassen aber jetzt jetzt kriegt er vielleicht besser rein ja bekommt ihn sehr schön oder lasst du noch ganze 20 kp stehen so der gegner kann jetzt hier langsam versuchen rumzudrücken aber zumindest oder munitionslage weg vom 8 8 jetzt kommt er 7 versucht hier ein bisschen weiter vorzukommen hat jetzt gerade geschossen das wollte gerade ihm vorfahren aber jetzt bekommt er da sehr schön also man sieht die granaten fliegen auch wahnsinnig schnell da ist das vorhalten bzw das aus der fahrt rausnehmen bisschen leichter als bei so einer konischen kanone wo die schüsse so ein bisschen doof fliegen und jetzt hier der 13 75 fahrt im letzten moment noch zurück als ob er es gerochen hätte dass wir gleich die schelle einschlagen kann aber jetzt ist er wieder da nein krasser was ein snapshot der nice also dass er den 13 70 teils trifft dachte ich jetzt nicht nicht schlecht herr specht so jetzt sind sie hier prinzipiell gerade allein also wenn sie jetzt hinten rum gerascht würden hätten so ein problem weil sie haben hinterhalb nichts mehr sehen wir uns doch mal an bevor oder nimmt jetzt den 100 da versuchte auf den und nimmt ihn raus naja nimmt den aus man sieht hier ist nichts mehr aber naja jetzt werden es drücken hier zu zweit ganz gut rum oben sta rechts immer noch die beiden scouts da da muss ein bisschen aufpassen nicht dass er zu viele hits ins hack bekommt da kommt er jetzt gerade nicht drauf doch ist kommt drauf alter schwede also den habe ich jetzt eher so gesehen dass er nicht funktioniert aber weil es auch gerade mit der freien kamera ansicht so dass es ja schon ein bisschen spannender war und alter wer trifft ja alles krass 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 ja aktuell vier kills 4200 schaden gemacht und sehenswert ist dabei gewesen also da hat er hier ordentlich performt so jetzt ist hier genug weggesnackt worden jetzt kann er mal richtung mitte sich orientieren und dazu unterstützen gerade ihr es 8 e 75 sind alles so panzer die brauchen da auf jeden fall noch ein bisschen hp abgezogen die es acht ist noch fast voll da ist er schon sack und also auch wirklich schnelle 1 die zeit die der panzer hat das sieht man mal ganz gut so ist acht schießt jetzt auf ihn wohl halt auch noch abschließt auch die kette lediglich jetzt macht damit auto immer da macht das mit auto er macht so dauert fünf kills einer noch zur zum top gun oder zum krieger wie auch immer man das definieren will scheißegal auf jeden fall ein braucht er noch so der t54 schiebt jetzt an die sind alle im one shot bereich als er ist einzig der noch hitz hier vertragen kann ja so jetzt hat der jagdpanzer geschossen und jetzt kann er ja schön 6300 schaden gemacht der t54 da muss er aufpassen dass der es nicht geholt wird er selber hat noch vier sekunden reload so jetzt haben sie den schön ausgespielt in einem jahr kann der andere jagdpanzer dreht sich jetzt perfekt weg das heißt den kann er jetzt hier eine in die mitte objekt holt ihn jetzt wohl macht er denn holt ihn tatsächlich jetzt noch jetzt ist die frage kriegt das krieger doch wahrscheinlich jetzt eher sogar nicht mehr so wie es aussieht aber 7100 schaden das muss man erst mal machen und das game hat nicht lange gedauert also das haben sie ihre seite gut gerockt der jagdjäger nimmt jetzt auch den 13 75 aus dem spiel der wachenträger majestätischer anblick fast schon majestätisch er schreibt jetzt auch one more kills top kann hätte natürlich gern hier 7 sagt verstanden also ihr sieben lässt in denen auch in dem fall sogar jetzt kommt er hier oben auf den hügel das heißt wenn er glück hat schafft das noch aber das muss gar nichts heißen so jetzt der jagdjäger fahrt zurück jetzt wenn er rein zoomt jetzt zu mal drei und schießt er kriegt die sogar noch sehr nice da macht er den sechsten kill 7500 schaden an den habe ich jetzt selber nicht mehr geglaubt von dem her richtig gut technik freaky schöne runde glückwunsch zum panzer als mir jetzt gut gefallen und ja ich hoffe euch doch auch bis zum nächsten mal euer alcaramba ein Untertitelung des ZDF, 2020